Hallöchen, heute möchte ich euch Pinball Sniper vorstellen. Gucken, was wir hier so reißen. Oh, zwei Punkte war jetzt nicht so der Kracher. Gucken, ob wir noch besser wären. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Läuft auf jeden Fall. Oh, dit war bitter. Vierer haben wir. Probieren wir es aber gleich nochmal. Gucken, ob wir es nochmal toppen können. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. Aber versprechen kann ich euch natürlich nichts. Ist relativ schwierig. Also man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass der Ball nicht so wirklich springt. Der bleibt immer liegen. Mann. Komm schon, Baby. Oh, yeah. Den ersten, den zweiten. Dann müssen wir da drüben den dritten wegklatschen. Mann, wieder zu langsam. Das gibt es doch gar nicht. Probieren wir gleich nochmal. Gucken, ob wir jetzt besser sind. Wie gesagt, mein Rekord liegt jetzt bei vier. Ich wollte euch aber auch erstmal nur mal vorstellen, dass ihr wisst, was ihr so machen müsst. Ey, bitter. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt sechs Punkte. Ist auf jeden Fall ein Jutta Rekord. Schreibt immer euren Rekord in den Kommentaren. Das war doch erstmal für das erste Let's Play. Wie gesagt, ich wollte es euch vorstellen. Von daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.